Guten Abend meine Damen und Herren. Herzlich willkommen einen Tag vor dem ersten Advent zur 799. aktuellen Schaubude. Heute mit Meyers Dampfkapelle, Siffinger, John Miles und der Parfumshorn Gruppe. In der Branche findet man Siffinger niedlich, sanft, hübsch und hinter den Kulissen beginnt jedes Mal ein Gerangel unter den Maskenbildnern. Wer sie denn nun schminken darf? Und ganz unter uns gesagt, bei ihr muss man wirklich am wenigsten tun. Wenn man dazu noch die Stimme hört, dann muss man feststellen, bei Siffinger stimmt wirklich alles, auch ihr Titel, junger Wein. Junge Wein Du glaubst, du hättest rechtstellt, nur weil du mich zum ersten Mal gefühlst. Ich muss dir leider sagen, dass deine Weisheit für mich nicht viel wert ist, weil du nicht wie ich bist und mich nicht verstehen willst. Junge Wein Junge Wein Junge Wein Junge Wein Führt ein Herz ins Abenteuer Junge Wein Junge Wein Führt ein Herz ins Abenteuer Junge Wein Junge Wein Junge Wein Junge Wein Junge Wein